S Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sound-Mod Vorstellung. Ich zeige euch heute wieder mal einen Sound-Mod für den Scania Next Generation. Hört ihn euch einfach an. Also einfach anhören und dann dürft ihr natürlich wieder kommentieren und diskutieren, ob er gut ist, ob er schlecht ist, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Ihr dürft dann wieder frei entscheiden. Lasst einen Daumen da dafür oder halt auch nicht. Und falls Fragen sind, einfach kommentieren. In diesem Sinn, viel Spaß damit und macht's gut. Bis bald und ciao. Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020